Hi, wir sind 7Range. Herzlich willkommen zu unserem ersten Video-Podcast von der Terrasse unseres Proberaums. Wir haben diese Aktion ins Leben gerufen, um euch in Zukunft regelmäßig über Neuigkeiten rund um die Bands zu informieren. Am 13. Oktober spielen wir live bei der Aktion Spieltrieb in der Klangstation in Bonn-Bad-Godesberg. Los geht's um 19 Uhr und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr alle kommt. Weitere Infos findet ihr wie immer auf unserer Facebook-Seite. Wir wünschen euch bis dahin viel Spaß. Auf Wiedersehen. Tschüss.